Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heaven. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und ich hatte eben noch mal versucht eine Aufnahme zu starten, allerdings hat das Spiel glaube ich ein bisschen gehakt. Vielleicht auch dann, dass ich immer wieder rausgetappt bin vorher, weil ich noch einige Sound-Einstellungen machen musste. Ich hoffe, dass es jetzt flüssiger läuft, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Und ich bin noch nicht fertig zu schauen, die inside. Wir waren wirklich nicht planen, um zu gehen, waren wir? Wir haben wirklich noch einen anderen Ort zu gehen, also. Ich bin schon so tired. Warum sind wir immer so unlucky? Warum bist du lachen? Hold on. Wir entscheiden, dass wir die Apiary, die nicht mehr zu tun haben, bevor wir uns machen. We punch in some coordinates, really at random, only because some obscure document from ExaNova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site, even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right, but we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? You. We are the luckiest people in the universe. That's... that's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that blued. And I'd rather endure a thousand earthquakes than risk being away from you. What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Also, von manchen Sätzen her, könnte er hier wirklich mein Freund werden. Liegt halt aber auch eher daran, bei einer Art und Weise, dass sie es... Räumerische. Also, träumerisch und... Immer das Positive so in den Dingen sehen. Während... Ich glaub, ich bin eher so eine... Messimistin. Huch. Aufladen wieder. Äh. Wie wirklich gut bin ich hier drin und ich. Auf jeden Fall wieder eine... Drücke. Ich weiß, wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Da hinten will ich nochmal hin? Ne, da waren wir ja. Da waren wir ja schon. Entschuldigung. Okay. Seht hier auch so verdächtig aus, aber... Oh, Gott. Das sieht einfach nur cool aus. Ich glaub, ich hab mir echt in dieses Spiel so ein bisschen verliebt. Das ist natürlich nicht, was es noch so für uns bereithält, aber... So von den ersten Eindrücken her... Bin ich doch echt... Positiv beeindruckt. Das ist natürlich auch so. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und jetzt ist das Nest. Das ist alles akimbo. Das fühlt sich weird. Das ist ein bisschen. Wir müssen finden eine Art und Weise korrekt. Aber es kann warten bis morgen. Ich glaube, wir haben uns unser Teil für den Tag. Wir haben uns ein bisschen Zeit für den Tag. Wir haben ein bisschen Zeit für den Tag. Wenn du wissen. Was ich meine? Ich meine... Du kannst alles machen, was du willst. Aber ich gehe ins Bett. Okay. Ja, hier sieht es wirklich ein bisschen... sehr chaotisch aus. Nein, brauchen wir uns hier noch nicht. Wir können einmal schlafen. Ja. 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 Ich kann mich richtig. Das war nur ein Schmerz. Alles ist okay. Ja. Das war nur ein Schmerz. Das war nicht ein Schmerz. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht. Das war nicht so. Willst du, was war. Das war nicht so. Ich bin aufwachen. Ich konnte dich nicht hören. Ich konnte nur nicht... Ich konnte nichtrufen. Ich konnte nicht sanieren. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja... Ich ruf mich hier immer gerne noch mal, was ich da auch mal um. Ja, dann können die auf jeden Fall nichts machen. Hier auch noch nicht. Das sieht echt aus, als könnte man hier irgendwas anpflanzen. Wollen wir was kochen? Okay. Oh, okay. Also, dann nehme ich an, die sollen kochen. Gut. Ich nehme mir auf jeden Fall wieder diese wunderbaren Früchte. Ach, und für die Nüsse haben wir nichts. Aber hier wird's kein Despere. Ja, machen wir doch das mal. Aber mein neues Gericht zaubern. Ähm... Ich nehme mir noch ein bisschen. Ich nehme mir noch ein bisschen. Oh man Hey, you never told me. What did your mate look like? Eh, I don't know Didn't you get her file from the matchmaker? Yeah, I did. But I never really looked at it Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you Whatever. Come on, we'll look at it together If you wish Oh, alright Any other pictures? Yeah She's kind of cute Do you think so? Yeah, definitely Don't you? I don't know Too much makeup, I think I like a more natural look Like yours Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? Um Come on, let's check her profile instead of this foolishness Let's see Interest Reading, music, having a drink with my friends Whoa Do you think you can handle such a strong personality? That's harsh Job Ocean biology research assistant at the University of Ox Huh Okay Looks like you two are made for each other No one is made for each other That's the kind of rhetoric the matchmaker uses Yeah Yeah, I know But it still looks to me like that was a bluting good pick You'd make a great couple Might have made There's a difference Uh Tell me Are you really wearing makeup right now? We spend every waking minute together in the nest If I discreetly slipped into the bathroom every morning to put on some eyeliner Don't you think you'd notice? Yeah At least I think But you're not really answering my question though I know Okay Also ich denke mal, dass Dieses Zeichen, das ja immer mal wieder auskommt nach den Gesprächen Dass das die Beziehung zwischen den beiden anzeigt Dass sich die, glaube ich, halt verändert Beziehungsweise, dass die nicht steigen oder sinken können wahrscheinlich Je nachdem, was ich sage Können reden Vielleicht nur so eine Krimskramse Okay, ich dachte erst das hier wäre das Schlafzimmer, aber Dem ist nicht so Okay Dann machen wir das mal Did it move? Embalding bloot It's over It's not going back straight We'll never be able to fix it We are condemned to living on an incline in a broken ship forever Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out That's not how things work I know that's not how things work Nothing is working the way it should Especially not this blooting tracto globe The poor thing is doing what it can It wasn't designed to lift ships in the first place I know But I was hoping it would go the extra mile Right now the batteries drain out even before lifting the nest off the ground What if we plugged it into a flow spring? I thought about that But we'd have to be able to seal the pipe shut Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet Perhaps we can make one With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt the gasket out of pieces of rust You could do that? I don't think I could sculpt a new statue of you or a super complex component But molding a gasket? That seems doable That's awesome Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down Excuse me? You've never heard of that saying? No Must be a truth thing then That means let's not celebrate before we Yeah, yeah I got it Anyway How much rust do you need in order to Pull the panties down? Uh, I don't know Four or five blocks Like those we already got Okay So, let's try and find that Okay Okay Wie haben wir denn? Hinruß? Ich denke mal, dass das hier sein wird Dann werden wir wohl noch einiges davon brauchen So, hier oben war auf jeden Fall noch So, was? Hey, that's for cooking Will wir als erstes diesen Weg hier benutzen? Mal schauen, wo uns das denn führt Ja Jetzt die bestimmt ne innen Hier, another big chunk We probably should grab some more Just to be sure Neee So, hier hinten ist auch noch ein bisschen was Den Pfeffer würde ich hier aber auch nochmal mitnehmen Oh, was bist du denn da? Ach, du grüne Nonne Okay, zum Vorbereiten einer Aktion gedrückt halten Oh, ich muss Flexer durch Okay Okay. Ähm. Ich glaube, das wird dauern, bis ich das so hell bin. Fiff deine Narbe. Hallo, Narbe. Okay. Jetzt ist es wieder süßes Glück. Ich glaube, es war der Rust, der hat ihn aggressiv gemacht. Any idea why? Es könnte einfach sein, weil sie nicht zufrieden sind. Wenn die Rust sie schützt, das würde erklären, warum sie sich verletzt werden. Aber es würde nicht erklären, warum sie uns attackieren und nicht gegen uns kämpfen. Vielleicht ist die Rust über ihre Nervous System, wie ein Parasite. Oder vielleicht ist es wegen der Pheromone. Du kannst auch sagen, ich weiß nicht. Ich verstehe. Okay. Ich weiß nicht. Hörst du das, Oink? Du bist ein scientifisches Mysterium. Oink, sein Name ist Oink. Okay. Ah, da würde... Ah, okay. Hier würde es dann weitergehen. Gut. Hier gibt es, Gott sei Dank, wir jetzt genug. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Another bit of Rust for your collection? Oh, cool. I don't have this one yet. Aber ich bin hier noch nicht ganz fertig. Also ich glaube ich werde jetzt nicht alles machen. Wir werden hier glaube ich später nochmal wieder herkommen. Das wäre schon cool, wenn wir die Insel hier fertig kriegen würden. Äh, okay, von da kamen wir auf jeden Fall. Hier ist die Insel aber an Häaken noch nicht fertig. Äh. Huh? What does he want from us? Okay. Ja gut, dass wir ein paar Sonnets Und einmal beruhigen. Ach, da sind das diese komischen Kieferddinger. Ja, da sind die komischen Kieferddinger. Ich finde die Zucker. Das ist aber nur süß. In erster Linie würde ich jetzt diese hier aber verständigen. Ich will hier lang, ohne hier runterzufallen. Und noch einmal. Ich muss jetzt ein bisschen länger fahren. Hey. Ich hätte euch das Zeitpunkt für dich. Eigentlich. So. So und die Insel ist gesäubert. Perfekt. Dann kommen wir jetzt wunderbar wieder zurück. Nur wenn ich jetzt nochmal finden würde, wo wir lang sind. Das ist gerade nicht. Ich darf hier im Westen nach aus. Wir versuchen es einfach mal. Mehr als in die falsche Richtung können wir ja nicht. So. Dann würde ich auch mal sagen, beende ich hier den Part. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns ja jetzt beim nächsten Mal wieder. Und versuchen das Schiff so ein bisschen auf Vordermatt zu bringen. Und ja. Und ja. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.